Der Donauturm in Wien, ein markantes Wahrzeichen der Stadt und Teil der Wien Holding, präsentiert eine aufregende neue Attraktion, die Donauturmrutsche. Diese einzigartige Kunstinstallation wurde vom international anerkannten Objektkünstler Carsten Höller entworfen und ist seit dem 3. Oktober 2023 ein Teil des Turms. Besucher können nun aus 165 Metern Höhe auf dieser durchsichtigen beleuchteten Rutsche in atemberaubender Geschwindigkeit hinabgleiten und dabei einen einzigartigen Blick auf Wien genießen. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1964 prägt der 252 Meter hohe Donauturm die Skyline von Wien. Neben seiner beeindruckenden Architektur bietet er einen weiten Blick über die Stadt und das Umland. Die neue Donauturmrutsche fügt dem Erlebnis eine weitere Dimension hinzu. Die ist die höchste Rutsche Europas und ermöglicht es abenteuerlustigen auf einer Strecke von 40 Metern mit einer Neigung von 29 Grad und einer Geschwindigkeit von bis zu 18 kmh zu rutschen. Der Donauturm ist ein beliebter Anziehungspunkt für Touristen und Wiener gleichermaßen und zieht jährlich hunderttausende Besucher an. Die Wien Holding unterstützt als städtischer Konzern zahlreiche Projekte, die Wien lebenswerter machen und betrachtet den Donauturm als ein Symbol für die Größe und Weitsicht der Stadt. Die neue Rutsche ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des Tourismus und der Wirtschaftswiens. Die Idee für die Rutsche entstand aus dem Wunsch, den Donauturm weiterzuentwickeln und den Besuchern ein spannendes und einzigartiges Erlebnis zu bieten. Sie reiht sich ein in eine Liste internationaler Turmerlebnisse und stellt einen stolzen Meilenstein für den Donauturm dar. Zusätzlich zur Rutsche bietet der Donauturm auch ein vielfältiges gastronomisches Angebot und möchte damit ein breites Publikum ansprechen, sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland. Die Rutsche ist täglich von 11 bis 21 Uhr nutzbar und verfügt über ein Sicherheitssystem mit Ampelsteuerung und Videoüberwachung. Abschließend betonen die Betreiber des Donauturms, dass sie sich freuen, ihren Gästen mit der neuen Donauturmrutsche ein einzigartiges Erlebnis in Wien bieten zu können. Abschließend betonen die Betreiber des Donauturmrutsche